einen wunderschönen guten morgen liebe zuschauer zum dax check heute am donnerstag ja es gibt sehr viel zu verdauen im moment für den aktienmarkt wir haben auf der einen seite natürlich die ukraine krise den krieg dort dann haben wir das thema china und natürlich auch die fed entscheidung gestern nachmittag der dax gestern ja sehr stark unterwegs im vorfeld der fed entscheidung wir waren schon oberhalb von 14.500 punkte und damit 2000 punkte höher als noch im tief eben kurz nach ausbruch der russischen invasion in der ukraine die fedsetzung ich habe es angesprochen man hat den leitzins um 25 basis punkte wie erwartet erhöht man hat gesagt dass man wahrscheinlich noch sechs weitere zinssenkungen vornehmen wird dass man eventuell auch mal 50 basis punkte bei einer sitzung nach oben geht und das wie gesagt ja sind jetzt fakten die viele anleger im nachgang der sitzung eben zum kaufen genutzt haben wir waren beim dao und beim nasdaq 100 vor der sitzung deutlich tiefer die nasdaq dann ja fast vier prozent aus dem stand gemacht der dao etwa zwei prozent hierzulande nachdem wir ja gestern einiges vorweggenommen haben dürften heute relativ ja unverändert in den handel starten ich sag mal so nachdem jetzt eben die fakten auf dem tisch liegen werden erstmal viele anleger das ganze rekapitulieren was heißt es jetzt für die nächsten monate ja die rendite der us-anleihen gerade im zweijährigen bereich ist jetzt schon bei 1,95 und damit nur unweit tiefer als die rendite für die zehnjährigen die bei 2,15 steht also kann das schon einen gewissen druck auch auf die aktienmärkte geben ich werde hier nicht zum dauerbären aufschwingen aber wenn ich mir auch die situation in china anschaue wo die corona zahlen jetzt explodieren wo es neue lockdowns gibt das wiederum auf die lieferketten drückt also ich glaube dass das thema inflation uns ja deutlich länger vielleicht beschäftigen könnte als es uns lieb ist und wir da schon etwas aufpassen müssen der dax wie gesagt relativ unverändert jetzt in den handelstag gestartet immerhin bei 14,5 schon mal heute morgen gewesen also das schaut natürlich von der charttechnik her alles sehr positiv aus doch ich denke mal dass man nach diesem anstieg erst mal auch etwas verschnaufen muss und ich könnte mir auch vorstellen dass wir hier noch mal in dem bereich von 14.000 punkten fallen es gibt auch stimmen aus neue stimmen aus der ukraine besser gesagt aus frankreich zum thema ukraine hier geht man davon aus dass putin nur zeit gewinnen will und nicht ernsthaft an friedensverhandlungen interessiert ist aber ihm könnte wiederum andere info das wetter einen strich durch seine rechnung machen es kommt jetzt der frühling in der ukraine der boden wird weich und damit dürften seine bodentruppen auch nicht weiter vorankommen und er vielleicht sogar zu einer verhandlungslösung gezwungen werden also viele offene fragen die wir noch haben und entsprechend unsicher ist das ganze für die börse und ich würde nach dem starken anstieg wie gesagt erst mal eher mit einer beruhigung rechnen ungeachtet dessen zwei prozent zinsen sind jetzt auch nicht ein thema was die aktien im mark erschüttern werden also lange rede der kurze sinn erst mal würde ich hier eine beruhigung abwarten ich wünsche ihnen gute kurse liebe zuschauer machen sie es gut bis morgen